hat das jetzt langsam so die sind glaube ich auch schon angekommen oder aber dieses laden waren hier gerade keine renntiere oder so aber ich hätte schlade das sagt mir nicht die bude ist leer ach so es ladet langsam das ist ja echt blöd deine möbel findest du im familieninventer okay dankeschön sag mir bitte jetzt nicht was ist denn das hier ach so kellerkneipe wahrscheinlich ach ja zum feiern und so oh mein gott ist das schön schaut euch mal das an weihnachtlich und wunderbar ich find das so hammergeil oh mein gott das sieht so wahnsinnig geil aus wow dankeschön an den der das erstellt hat ich danke dir vielmals es sieht auf jeden fall wunderbar aus total schön so weihnachtlich und oh mein gott ich find das so hammer es braucht zwar noch ein bisschen zum laden aber es ist einfach ein hammerhaus und hier steht dann halt merry christmas und so oh mein gott ich freue mich gerade voll es sieht hammergeil aus es sieht echt hammer 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 geil aus dazu kann ich echt habe keine worte für ich finde es richtig schön und hier oben haben wir es genauso mit einem tannenbaum und kamin und so und so weihnachtlich geschmückt oh das sieht so schön aus oh mein gott ich find dieses haus einfach wahnsinns geil das ist aber jetzt nur dafür weil jetzt nur weihnachten ist meine süßen und dann ziehen wir auch wieder zurück natürlich zu unserem hausboot und ja aber ich glaube ich werde lange hier meine zeit verbringen wollen sieht echt hammer schön aus muss ich sagen ist echt wahnsinns geil wie das gemacht wurde und dann hier das schmuck und so alles ist wahnsinns geil echt hammer schön und hier so oh mein gott das sieht so wunderschön aus wahnsinn und hier diese renntiere und ich habe gerade keine worte für das haben die echt schön gemacht dann haben wir hier noch eine garage echt echt hammer schön ja und weihnachten hier drin zu feiern wird auf jeden fall wunderbar ne hier haben wir halt ist einfach ein ganz großer leerer raum ja wahrscheinlich zum feiern und so ach fitnessraum ok verstanden echt schön sieht echt hammer geil aus muss ich sagen und ich glaube den kamin könnten wir auch jetzt anmachen ne aber die angst davor dass es irgendwie brennt ist auch schon groß ich würde sagen wir machen einfach mal so dass wir hier ähm das hier mal anbringen moment geräte 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 gott passt dann doch nicht irgendwie, aber ähm, was ist das denn eigentlich? Achso. So fürs Couch, so, ah, das sieht doch schick aus. Ähm, und zwar habe ich hier, ja, noch so ein paar Kleinigkeiten. Genau, zum Beispiel sowas, ne, so auf dem Tisch. So weihnachtliche Kleinigkeiten. Dann habe ich hier noch ein paar Geschenke und so. Ich glaube, die packe ich auch mal hier hin. So einfach, ne? Damit das dann halt so ein bisschen voller und schöner aussieht. Mit den Weihnachtsgeschenken. Und dann hätten wir wahrscheinlich noch, ach hier, noch so ein riesengroßer Weihnachtsgeschenk. So, packe ich auch da hin. Gab es noch andere? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich gucke es mir trotzdem mal an. Ja, natürlich. Und zwar hier, so ein Riesenpaket. Kann man sogar draufstellen. Oh, das war schön. Weihnachten, meine Lieben. Wir haben Weihnachten. Oder einfach da, so neben dem Kamin. Nein, ich will sie irgendwo haben. Und dann packe ich das einfach da rauf. So, ansonsten hätten wir hier noch... Oh, meine Stimme. Das war ja das, was wir hatten. Ey, ich finde es so hammergeil, wie das aussieht. Das sieht so wahnsinnig hammergeil aus. Ich glaube, ich mache hier einfach diesen Renntier. Ne, einfach mal so. So zum Spaß, zum Schmücken einfach. So, und dann waren ja noch die Renntiere irgendwo. Wo habe ich denn das jetzt gefunden? Genau hier. Ne, wie sah denn das eigentlich von draußen aus? Das sah doch viel schöner aus. Dass hier unten... Ach so, einfach so davor gelegt. Okay. Dann mache ich das auch so. So. Ach ja. Und dann halt die Geschenke dorthin packen. Joa, wo sind denn die Geschenke wieder? Ach so, hier, ne? Packe ich mal hier hinten so Geschenke. So ganz viele. So. Und dann natürlich auch diesen Riesenpaket hier. So. Und dann hatten wir hier noch ein Paket. Wo war denn das jetzt? Genau das hier. Ja, es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Oh, hier sind ja auch noch kleine Paketchen. Mama, Mama, Mama. Mama, 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 Mama. Ich finde es echt hammergeil. Muss ich sagen. So, lasse ich jetzt einfach mal so. Einfach so drinnen so ein paar Geschenke und so. Es ist ja Weihnachten, meine Lieben. Es ist ja Weihnachten. Es ist so wunderschön. Und nun können wir spielen. Jetzt soll der Olli mal das da anzünden. Und die Katze schläft da. Das ist ja so hammerschön. Hat der das jetzt angemacht da? Ja, Kami. Betrachten. Betrachte mal. Ich will mal sehen, was er so empfindet. Und wie findet er die Wohnung? Hübsch dekoriert. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Und es ist ja auch jetzt bald Weihnachten, ne? Mann, nochmal? In drei Tagen. Na gut. Warten wir einfach. Weil wenn es dann so schneit und alles mögliche. Das wird wunderbar. Das wird echt schön. Aber ich finde, die Wohnung sieht echt hammer aus, ne? Mit diesen Dekorationen und diese weihnachtliche Dekorationen. Es sind echt wunder, 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 wunderschön. Wunderschön. Oh ja, es gefällt mir so sehr. Mach mal hier einfach ein Nickerchen. Und die Lucia ist noch in der Schule und sie hat schon Fangkuchen gebacken. Plasma-Food-Fangkuchen. Oh mein Gott, auf deinem Heimatgrundschul ist ein Feuer ausgebrochen. Das war so klar. Ich wusste es einfach. Kaum habe ich den Kamen angezündet. Und der pennt da. Nein. Feuerwehr. Schnell. Nicht, dass sie mir jetzt hier noch abbrennen. Oh mein Gott. Feuerwehr ist schon auf dem Weg. Schnell. Es brennt alles. Meine Geschenke und so. Oh mein Gott, es brennt. Wo ist denn diese kack Feuerwehr jetzt? Ach, da kommt er. Na komm. Schnell. Es brennt. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Zur Deckung des Feuerschadens gewährt dir die Versicherungsgesellschaft 9,80 Dollar. Gut. Dann ersetzen wir das alles mal. Was ist denn hier noch verbrannt? Was ist denn hier noch verbrannt? Weiß ich gar nicht, ne? So. Lucia Schmidt würde nach der Schule gerne zu Florenz Hernandez gehen. Ist das okay? Natürlich. Wenn es ein Typ ist. Auf jeden Fall. Was ist denn das eigentlich für ein Bild? Ist hier noch irgendwas verbrannt? Ne, ne? Das war's. Wer sind die denn? Aha, aha. Am Strand und so. Foto und so. Okay und so. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Ja, aber ich finde, dass die Bude auf jeden Fall sehr schön weihnachtlich aussieht. Und hier oben das Schlafzimmer. Oh Gott, es ist so schön hier. Es ist so schön hier. Dem Olli geht's übrigens schlecht. Naja. Aber hier würde ich auch gerne ein paar Geschenke hinpacken wollen. So. Und damit das so schön voll mit Geschenken ist. Mh. Nem, 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 nem. Da. So. Auf dem Kamin, Geschenke? Ne, ne? Ne, mach ich mal weg. Dann hätten wir hier noch was Kleines. Nehmen wir auch. Und ich glaub sogar, dass ich hier auch so eins hinpacke. Mh. Klappt ja wunderbar. Aber es sieht so, oh mein Gott, es sieht so wunderschön aus. Und hier so Weihnachtsdeko und so alles. Packe ich auch mal ein bisschen. Und übrigens hier unten ebenfalls. Wo war denn das jetzt? Wo war das? Es sieht so schön aus. Es sieht so schön aus. Ich glaub, das ist ja das, ne? Eben. Oder? Das ist ja für die Tannen... Ah, für den Tannenbaum ist das übrigens. Ach, jetzt hab ich den Faden. Ach, ja. Ähm... Moment, 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 Moment. Wollte grad irgendwas machen, aber keine Ahnung. Ähm... Gut, hier haben wir einen Tannenbaum. Und hier oben haben wir auch einen Tannenbaum. Stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja, stimmt ja. Das ist so... Stimmt, 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 stimmt. Und zwar ist es da für... Moment. Das zeige ich euch mal jetzt schnell. Bei den Pflanzen müsste das sein. So, das ist dieser kleine Tannenbaum da, ne? Und dann haben wir ja noch den... Großen... Wo ist denn das? Wo ist denn das? Vermutlich das hier. Hä, das geht ja gar nicht. Many. Ich mach mal hier jetzt kurz... Move... Objekts on. Genau. So, halt. Oh, das sieht doch... Das sieht doch eigentlich viel schöner aus als das da. Mach das mal doch weg. So. Yay. Yay, 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 yay. Ich freu mich, ich freu mich. Sieht echt schön aus. Oh mein Gott, ich könnte heulen. Und hier draußen so... Ich mach mal kurz so nachts. Oh mein Gott. Es ist so herrlich hier draußen. Und drinnen besonders schön. Mann, ich will gar nicht mehr aufhören. Aber... Ich hab noch... Ich hab noch... Ich liebe es. So, wenn es so Weihnachten und so alles... Diese Dekorationen, die sind so wunderschön. Deswegen würde ich mal machen... Wir haben ja... Bei den Lichtern müsste das sein. Genau. Und zwar... Außenbeleuchtung. Eben. Hier, das ist das. Das ist das. Ja, das ist das. Das ist dann rot. So, ich mach das jetzt einfach mal hier überall. Aber ich glaub... Eben. Einfach mal so weiß. Und dann... Hatten wir ja hier noch den roten, ne? Und den roten... So. Ist eigentlich jetzt nachts. Ach, das ist Tag. Und so ist es dann nachts. Oh mein Gott. Ich liebe es. Ja, meine Lieben. Und das wär dann halt unser Haus... Unser weihnachtlicher Haus. Und davon werde ich auch noch morgen auf jeden Fall eine Aufnahme machen. Wie wir Weihnachten feiern. Und ich werde halt... Ich werde halt offline spielen, dass es dann schon Weihnachten ist. Und dann werdet ihr morgen mit Schnee und so alles bedeckt, das dann alles sehen. Das wird dann alles noch schöner. Deswegen mach ich hier jetzt eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns morgen einfach wieder. Und zwar... Ja. Wie unsere Sims zu Weihnachten feiern. Und hier an dieser Stelle sag ich euch und wünsche ich euch natürlich fröhliche Weihnachten. Und feiert schön. Ja. Und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.